Ein weiteres Genshin Impact Twitter-Event ist gestartet. Es gibt Amazon-Giftkarten und Merchandise zu gewinnen. Ein weiteres Twitter-Event ist gestartet, das Twitter-Event Sat. Nr. 3 für die Commemoration of Version 3.4 Update. Ja, es geht in die nächste Runde. Es ist nichts anders. Also man muss einfach nur auf Twitter gehen, auf den offiziellen Genshin Impact Twitter-Account und retweeten. Und dann hat man die Chance hier ein FES-Series Canvas Toteback zu kriegen, ein Genshin Impact Theme Series Character Impression Woven Bracelet. Also ein gewebtes Armband. Random 1. Und es gibt wieder 10,75 Dollar Amazon Giftkarten zu gewinnen. Ja, und das ist jetzt wieder jeden Tag. Also heute war Tag 1. Das heißt, jeden Tag retweeten und dem Genshin Impact Account folgen. Und dann bekommt ihr eure Mitteilung, ob ihr gewonnen habt oder nicht, direkt in euren Twitter-Mitteilungen. Und das war es auch schon. Und ja, ein neues Event. Ich wünsche euch wieder weiterhin viel Glück. Also bei diesen Twitter-Events habe ich auch noch nie irgendwas gewonnen. Ich meine, die Anzahl der Retweets ist auch bombastisch. Also teilweise erreichen diese Tweets bis zu 100.000 Retweets. Wenn man das so bedenkt, ist es auch ein bisschen lächerlich, dass immer nur 16 Leute was gewinnen, weil 16 Leuten von bis zu 100.000, das ist halt wirklich, da müssen sie das jahrelang machen, bis auch nur ansatzweise mal jeder mal oder viele verschiedene Leute mal was gewinnen. Das ist einfach crazy. Und ja, aber hey, ich meine, es dauert noch ein paar Sekunden und warum nicht? Ich meine, 75 Dollar Amazon Giftkarte, die würde wahrscheinlich jedem schmecken. Und Merchandise von Genshin Impact habe ich bisher auch noch keins gewonnen. Also wäre auch cool, da mal was in den Händen halten zu dürfen. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, ein Kommentar, ein Abo freuen, wenn ihr weiterhin auf dem neuesten Stand bleiben wollt, was Genshin Impact angeht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Keine Idee, was du kochen sollst. Jetzt eine Kochbox von HelloFresh bestellen und mit meinem Code bis zu 90 Euro Rabatt auf die ersten vier Boxen bekommen. Dafür einfach den Code pochhello.de5055 eingeben oder auf den Link in den Kommentaren klicken und bis zu 90 Euro auf deine erste Kochbox von HelloFresh sparen. Bis zum nächsten Mal! Ciao! Tschüss! T año! Tschüss! Tięcy Spek! T matrix Tätte. boleh proigo! T shitty n, tja! Boo? Göt mittłą! T morgen folatchet gut!